Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Kameranews angesagt, nachdem die die letzten Wochen eher so sporadisch gekommen sind, weil ich erst auf Madeira, dann auf Rodos war, zwischenzeitlich nur so ein bisschen Zeit noch gehabt habe und irgendwie zum Recorden von Videos hat es dann nicht gelangt. Deswegen heute das erste Mal seit relativ langem wieder eine neue Folge. Wir haben relativ viel, würde ich sagen, von daher fangen wir auch direkt mal an. Auf dem Sony-Markt wird wahrscheinlich in Richtung Herbst eine neue APS-C-Kamera zu erwarten sein, und zwar wieder eine aus der ZV-Reihe. Mich filmt hier klassischerweise eigentlich so gut wie immer die Sony Z4-E10. Dazu habe ich auch zwei Videos mittlerweile auf dem Kanal online, was ich so zu der Kamera sage. Erster Eindruck und dann mal so nach einem halben Jahr in etwa. Ja, und da soll wohl was Neues kommen. Ich hoffe, man hat aus den von mir angesprochenen Federn so einigermaßen gelernt. Thema Bildstabilisierung und so weiter und so fort. Dann kann das sicherlich eine interessante Kamera werden. Ich brauche Stand jetzt auf jeden Fall keine neue. Für wen das was ist, vielleicht mal in Richtung Herbst schielen. Dann wurde rausgebracht, dass Sigma 16 bis 28, wir hatten das in der letzten Folge angesprochen, dass es sehr wahrscheinlich Anfang Juni erscheinen wird. Den war dann auch so. Alle Tests sehen richtig stark aus. Überall wahrscheinlich noch ein Ticken besser als das Tamron, was ich ja besitze und auch schon getestet habe hier auf dem Kanal. Also wer ein Sony Weitnickelobjektiv sucht, ist da wahrscheinlich sehr, sehr gut bedient. Auch für den Sony E-Mount, allerdings wieder für den APS-C Bereich angekündigt, beziehungsweise über Indiegogo vorbestellbar gewesen in den letzten Wochen, war das Wildrocks 13mm 1.4. Das ist umgerechnet auf Vollformat ungefähr 20mm und ist sicherlich für den einen oder anderen Landschaftsfotografen ganz interessant. Gerade mit der 1.4er Blende im APS-C Bereich kann man schon einiges rausholen. Ich habe momentan tatsächlich auch ein Testgerät von Wildrocks da und zwar habe ich das 24mm 1.8 für Vollformat. Sieht ohne Objektivdeckel so aus. Habe ich jetzt noch nicht viel mitgemacht, das kam an während ich im Urlaub war. Deswegen werde ich mir das die nächsten Tage mal so ein bisschen anschauen und dann meine Meinung selbstverständlich wie immer auch in einem Review-Video zum Besten geben. 24mm 1.8 kann man sicherlich ein paar interessante Looks mit kreieren. Und ich habe ja mittlerweile schon einige Wildrocks, beziehungsweise WeLight-Produkte auf dem Kanal getestet und konnte bis jetzt eigentlich nie was großartig Negatives berichten. Selbstverständlich muss man bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis auch immer ein bisschen den Preis berücksichtigen, weil der ist meist deutlich geringer als bei der Konkurrenz. Und dass man da ein paar Abstriche machen muss, ist ja die logische Konsequenz. Das war es auch schon soweit von Sony. Kommen wir rüber zu Canon, finde ich diese Woche auch tatsächlich noch ein bisschen spannender. Und zwar wurde da eine Low-Budget-APS-C-Kamera für den RF-Mount geleakt. Wir haben ja mit der R7 und der R10 zwei relativ hochpreisige APS-C-Kameras von Canon vorgestellt und jetzt mittlerweile auch ausgeliefert bekommen. Gerade die R7 mit 1.500 Euro ist natürlich schon ein saftiger Einstiegspreis. Die EOS R100 wird wahrscheinlich deutlich darunter einzusiedeln sein, klassische Einsteigerkamera. Aber auch da gilt die gleiche Regel wie sowohl bei dem R7 als auch dem R10. Auch da habe ich schon gesagt, mir bringt die beste Kamera nichts, wenn ich keine Objektive dafür habe. Oder zumindest keine Objektive, die preislich irgendwie Sinn machen. Ich meine, der RF-Mount gibt natürlich ein paar Objektive her, das sind aber alles Vollformatbrecher für mehrere tausend Euro. Und das macht dann meist auch nur bedingt Sinn, wenn ich mir dann so eine R100 für, ich rate jetzt mal ins Blau hinein, 600 Euro kaufe beispielsweise. Naja. Darüber hinaus hat Canon mehrere Patente angemeldet, unter anderem ein Patent für ein 11-24mm f4. Das habe ich quasi eins zu eins so für Sony schon mal getestet, nur dass ich das 12-24mm hatte, das wäre jetzt das 11-24mm. Auch dazu ein Review-Video von mir online. Geile Brennweite auf jeden Fall, f4 in den meisten Fällen auch ausreichend, wenn man nicht gerade Astro macht. Ansonsten möchte man ja mit Blende 11 meistens nichts mehr freistellen. Von daher, warum nicht? Und darüber hinaus noch ein 8-24mm f4. Fisheye habe ich auch tatsächlich schon mal getestet auf dem Kanal, bin ich aber jetzt nicht der größte Fan von. Für wen das interessant ist, wird es wahrscheinlich ein gutes Objektiv sein. Ich kann mit Fisheye nicht viel anfangen. Und darüber hinaus wird sehr wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres eine Canon-Kamera mit über 100 Megapixeln erwartet. Auch da gibt es sicherlich eine Zielgruppe für, die bin ich persönlich nicht. 100 Megapixel, keine Ahnung, ob mein Lightroom das auch nur ansatzweise verpacken würde. Ich bin meist mit den 24 Megapixeln schon ganz gut bedient und brauche auch seltenst mehr. Von daher, für Profis, die für große Projekte, große Drucke usw. produzieren, fotografieren, ist das wahrscheinlich ein Thema. Für mich eher nicht. Wer das braucht, vielleicht mal aufs nächste Jahr warten. Ja, und das so die interessantesten Punkte von Canon. Thema Nikon. Wir haben jetzt sowohl bei Sony als auch bei Canon APS-C-Kameras drin gehabt. Und das setzt sich bei Nikon auch fort. Also irgendwie scheint in den APS-C-Markt nochmal so ein bisschen Drive reinzukommen. Vielleicht sind wieder mehr Chips verfügbar, mehr Kapazitäten usw., dass die Kamerahersteller jetzt auch wieder vermehrt auf APS-C-Kameras setzen können. Die Sony A6400 zum Beispiel wird mittlerweile wieder produziert. Hatten wir in den letzten Folgen auch schon mal thematisiert, dass da der Produktionsstopp eingesetzt hatte von Sony. Mittlerweile wieder erwerbbar. Mittlerweile kann man die Dinger wieder kaufen und das finde ich auch ganz gut so. Nikon wird sehr wahrscheinlich noch im Juni, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln, aber so zumindest die Leaks, eine Z30 ankündigen. Das wird eine gute, solide APS-C-Kamera von Nikon sein. Die soll wahrscheinlich über mehr als 24 Megapixel verfügen, denn auch diese Info ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Nikon möchte wohl in Zukunft nur noch Kameras mit mehr als 24 Megapixeln auf den Markt bringen. So wahrscheinlich auch bei der Z30. Könnte uns also eine APS-C-Kamera mit 30 Megapixel aufwärts erwarten. Lassen wir uns mal überraschen. Bei diesem ganzen Trouble auf dem APS-C-Markt liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass Sony da mit einer APS-C-Fotokamera um die Ecke kommt. Ich hatte die ZV angesprochen, das wird aber sehr wahrscheinlich wieder eine reine Videokamera, wie es die Reihe ja vermuten lässt. Lassen wir uns überraschen, ob es noch was aus der 6000er-Reihe wird, ob es eine neue Reihe wird, A7000 und so weiter und so fort. Alles möglich, aber dazu momentan noch gar keine konkreten Infos verfügbar. Ich hatte ja gesagt, dass ich die letzten Wochen viel im Urlaub war. Vor allem war ich fast zwei Wochen auf Madeira, habe da einige Videos für den Kanal geplant, rund um Fotografie, Reisen, Wandern und so weiter. Ich bin da momentan aber tatsächlich noch in der Sichtung der Videos und Fotos. Wer mir auf Instagram folgt, wird schon den ein oder anderen Beitrag gesehen haben. Und wer da die ganzen Fotos nicht verpassen möchte, kann mir sehr, sehr gerne bei Instagram folgen, at untenstrich Marvin Schmidt. Link auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, und für die Leute, die es interessiert, was ich ansonsten so mache, wenn gerade mal kein Video online geht, dann teste ich hier so Kleinigkeiten. Das hier ist zum Beispiel von PGY-Tag. Das ist so ein Saugnapf, den kann ich mir zum Beispiel ans Auto klemmen. Dann drücke ich hier einfach nur diesen Schalter runter und dann haftet der natürlich auf der Autooberfläche möglichst gut. Hier kommt dann entweder die Insta360 dran oder mein Osmo Pocket und so weiter. Und dann kriegt man natürlich schon relativ eindrucksvolle Aufnahmen hin. Dazu dann aber mehr auch in einem späteren Video. Ich habe hier noch die neue Stativ umliegen, Filter und so weiter und so fort. Aber das kommt dann, wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich denke, priorisiert werde ich jetzt erstmal die Madeira-Sachen bearbeiten und dann schauen wir mal weiter. Kommen wir zum Spot der Woche. Das ist diese Woche der Nebelwald in Fanal auf Madeira. Ich blende euch parallel die Fotos ein. Ich habe auch schon einen Shot von da auf Instagram veröffentlicht. Wirklich wunderschöne Gegend. Einer der wenigen verbliebenen Lorbeerwälder in Europa. Und da sind wirklich schon sehr, sehr eindrucksvolle Bäume. Wunderschöne Natur. Und wenn dann noch der Nebel einsetzt, wie das bei uns der Fall war. Ich muss aber auch dabei sagen, dass es erst beim dritten Mal so richtig geklappt hat. Also ich war da das ein oder andere Mal. Dazu dann aber mehr in einem Behind-the-Scenes-Video. Auch die Videoreihe wird natürlich weitergeführt. Und da gehen wir dann noch ein bisschen genauer auf dieses Fotoshooting ein. Nichtsdestotrotz absolute Empfehlung von mir. Wenn ihr mal auf Madeira seid, was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann auf jeden Fall den Nebelwald mitnehmen. Sehr, 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 sehr schön. Buch der Woche ist diese Woche mal wieder, na, ich sag mal ein bisschen philosophisch, nicht ganz so handwerklich angehauft, wenn es ums Thema Fotografie geht, von David de Chemin. Französisch ist schon was her. Die Seele der Kamera und die Rolle des Fotografen. Hier nochmal in die Kamera gehalten. Ähnlich wie das Buch, was ich euch schon mal vorgestellt hatte, mit dem hier Sinn in der Kreativität finden, ist auch das hier ein bisschen was zum Nachdenken. Mal die andere Seite der Fotografie, neben dem Handwerk, der Technik und so weiter und so fort. Das ist auch eine sehr, sehr warme Empfehlung von mir. Der Link dazu in der Beschreibung kann man sich auf jeden Fall mal irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten wünschen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wie ich finde. Das soll es dann auch schon gewesen sein von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen und ein Abo dalassen. Wir sehen uns allerspätestens nächsten Montag wieder zur neuen Folge der Kameranews. Ich denke aber, dass ich im Laufe der Woche noch das ein oder andere Video online stellen werde. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.